Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Landkreis Vostok. So, wir starten den Motor. Einfach kurz, es geht schnell weiter. Jetzt geht das wieder los. Ach, das hätte es nicht mal behoben jetzt in dem Patch, aber ne. Immer noch das Problem, das Lenkert ab einem gewissen Punkt überdreht. Ja, bis zu einem gewissen Punkt normalen dann... Äh. Jetzt machen wir das große Feld. Da sollte alles passen. ... ... ... ... Vielen Dank. 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 No... 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 No...